Musik Einen schönen guten Morgen von uns hier von der Leipziger Buchmesser. Ich habe die liebe Becci dabei und wir freuen uns, nach vier Jahren endlich mal wieder hier zu sein. Und die Messe ist schon zu sehen. Wir haben auch schon Christine gerade im Auto getroffen. Ist lustig, die Hofer-Fraktion trifft sich auf der Messe, aber nicht in der eigenen Stadt. Und wir freuen uns. Auf was freuen wir uns? Auf alles. Vor allem auf die gemeinsame Zeit und die vielen, vielen Menschen, die wir treffen werden. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen auf den Verkehr achten und jetzt folgen die ersten Eindrücke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind hier vor der Bücherbüchsenwand, die richtig cool aussieht. Wir haben schon eine Leseprobe abgeschraubt, wir haben ein Foto mit Mario und wir standen vor der Harry Potter-Wand. Ja, sogar innen drin sozusagen. Ja, haben wir natürlich bestimmt alles eingeblendet, so vorbildlich wie ich bin. Aber schon eine sehr coole Wand. Macht's denn Spaß? Auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt mit unseren Gesichtern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, weil hier die Tiere, also sie sind blind, sie sind krank und sie sind gefährlich und ich hatte mich so ein bisschen an Kucho erinnert gefühlt und habe auch gefragt, ob man sich das mit den Tieren so in diese Richtung vorstellen kann. Und ja, also er hat gesagt, wenn man Kucho mochte und damit zurechtkommt, dass Tiere hier, sag ich mal, die gefährlichen sind, dann ist das auf jeden Fall was. Also es ist wohl noch eins der harmloseren Bücher. Fand ich auf jeden Fall super spannend, was er auch so ein bisschen zu erzählen hatte. Überhaupt finde ich ja kleine Verlage immer auch super interessant auf diesen Messen, weil man einfach auch mal Bücher sieht, die man sonst nicht so sieht. Und ich habe auch drei, vier Fantasy-Stände fotografiert. Ich habe auch zwei oder drei Lieseproben in der Tüte und ich werde da auf jeden Fall morgen nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Wir hatten ja gestern auch keine großen Termine, sondern haben uns wirklich eigentlich treiben lassen, haben einige liebe Booktuber-Kollegen und tolle Zuschauer betroffen. Es waren wirklich wunderbare Austausche, Austausche, Gespräche dabei. Und ja, von daher war das wirklich ein ganz, ganz toller erster Messetag. Und ich muss sagen, ich finde dieses Bild, ob das in mein Auto passt, nein, natürlich nicht, aber finde ich richtig schön. Ich finde so als Bild, also als Hintergrund, kann man nicht meckern, oder? Also finde ich richtig schön. Und ja, heute machen wir ja Leipzig Unsicher. Das werdet ihr im normalen April-Vlog sozusagen sehen. Und das soll sich ja hier eher wirklich um die Buchmesse drehen und ja, dann eben, was so ein bisschen die Ausbeute war. Ich glaube tatsächlich, sonst haben wir gestern gar nicht groß was geschockt. Zwei Bücher, das ist ein bisschen von dem Kinderbuch, nee, ich glaube tatsächlich mehr nicht. Einen Kaffee haben wir uns gegönnt und ja, mehr war es tatsächlich nicht. Aber ich freue mich jetzt natürlich erstmal auf heute Leipzig und ja, dann ein bisschen vielleicht bummeln bei Primark, TK Maxx. Auf jeden Fall gehen wir ja in Belantis, also in den Freizeitpark. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Und heute Abend geht es nochmal lecker essen. Da ist dann unter anderem auch Phil dabei und Alex und Thorsten. Oh Gott, wie konnte ich Thorsten vergessen? Nein, natürlich nicht. Ja, von daher, da freue ich mich wirklich drauf. Gehen wir in den Ratskeller und da werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen mitfilmen. Und morgen am Sonntag geht es dann hier sozusagen auch mit den Eindrücken nochmal weiter. Geplant ist für morgen nur eine Lesung von Mira Valentin. Die habe ich am Freitag schon getroffen. Habt ihr bestimmt hier in den Bildern schon getroffen. Ich liebe ja ihre Fantasy-Bücher wahnsinnig und bin da wirklich ein großer Fan. Ich höre auch gerade Druidendämmerung. Und da wird sie aus dem neuen Buch lesen, wo auch noch vier andere Autoren, unter anderem auch Bernhard Hennen, mitgeschrieben haben. Und da freue ich mich auf die Lesung. Ja, das ist so der einzige Plan für morgen. Aber das werdet ihr jetzt alles nach und nach sehen. Einen schönen guten Morgen wünschen wir euch. Heute ist der dritte Leipzig-Tag und der zweite Tag auf der Messe. und wir laufen gerade entgegen wunderschönster Sonne, blauer Himmel. Leipzig freut sich, dass wir noch da sind. Und wir haben heute ein paar Pläne. Hoffentlich sehen wir noch den ein oder anderen Autor. Ich freue mich noch auf einen Bookstagrammer, dem ich hoffentlich über den Weg laufe. Und wir wollen zu einer Lesung von Mira Valentin. Und Brad Pitt und Christian Bale werden auch toll, wenn wir sehen. Und ja, wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem zweiten Tag hier auf der Buchmesse. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 ein Buch zu schreiben. Minen der Macht ist der Reihentitel. Diese Woche Mittwoch ist der erste Band der Trilogie erschienen und es sind Fantasy-Krimi-Thriller. Also wir haben dieses Krimi-Thriller-Element in den Vordergrund gestellt. Es gibt ein fantastisches Setting. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Also wenn Sie Orks und Drachen brauchen, die sind bei uns bislang dünn gesät. Fantastisch wird es trotzdem. Und diejenigen unter Ihnen, die Morde mit dem besonderen Touch mögen, wir werden sie zufriedenstellen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Jetzt! Dankeschön! So, wir beide gehen jetzt die letzten Schritte hier in der Presseabteilung, sozusagen. Pressebereich, was auch immer. Wir sind fix und fertig. Wir haben aber noch Colin Hardler getroffen. Das ist, glaube ich, auch so mein kleines Autoren-Highlight. Ja. Neben der Lesung und Mira Valentin. Muss ich echt sagen, super sympathischer Typ. Habe ich bestimmt ein bisschen was eingeblendet. Freue ich mich jetzt auf jeden Fall im Mai sein Buch zu lesen. Und wir verabschieden uns jetzt von einer tollen Messe, die Freitag und heute wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Uns große Freude gemacht hat. Nicht nur die gemeinsame Zeit, sondern auch mit all den Menschen, die wir getroffen haben. Und ja, ich denke, das war's von uns. Genau. Wir müssen irgendwo wahrscheinlich mal nach links abbiegen und zu unserem Auto. Genau. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt Leipziger Buchmesse. Eine wunderbare Buchmesse ging zu Ende. Und wie schon Guy de Maupassant sagte, es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Und ich kann Ihnen hier bei dieser Messe und den wunderbaren Momenten einfach nur zustimmen.